Gut, danke und schönen Abend. Auch gut. Ich trinke immer Tee mit Zitrone und das hilft. Gut, dann habe ich verstanden. Guten Tag noch einmal. Ich habe heute den Plan für heutigen Unterricht. Wir wiederholen heute die Lexik zum Film, den wir sehen. Und ich möchte, dass wir heute die Nachrichten in der Welt hören. Und wir werden zum Thema Fernsehen sprechen. Okay, ja. Gut. Lass uns bitte jetzt die Nachrichten, die letzten Nachrichten lesen. Lies bitte. Die Lage im japanischen Atomkomplex Fukushima 1 eskaliert. Trotz aller Anstrengungen gelingt es den Arbeitern nicht, die Reaktoren ausrechnen zu kohlen, um eine Kernschmelze und damit den Super-GAU zu verhindern. Immer wieder brechen Brände aus. Die Strahlenbelastung errichtet zeitweise einen Höchstwert von 1000 Millisiviert pro Stunde. Eine Belastung, die zu schweren gesundheitlichen Schaden führen kann. Im Reaktorblock 3 ist möglicherweise die Innere Sicherheitsschule beschädigt. Beschädigt. Beschädigt, ja. Beschädigt. Dennoch gibt es nach den Vorworten von Regierungssprächer Dano derzeit keine Pläne, die Evakuierungszone von 20 Kilometern rund um die Anlage auszuweiten. Der japanische Kaiser Akihito zeigte sich in einer seiner seltenen Fernsehensprachen zutiefst besorgt und rief sein Volk zum Durchhalten auf. Also, jetzt, was machen wir? Wir hören jetzt diese Nachrichten und ich bitte dich, diesen Link zu klicken, bitte. Aber das ist der Radio Leaf oder Audio in Demand? Ah. Wenn du diesen Link klickst, dann hören wir die Nachrichten. Den Arbeiter nicht, die Reaktoren ausreichend zu kühlen, um eine... Immer wieder brechen Brände aus. Die Strahlenbelastung erreichte zeitweise einen Höchstwert von 1000 Millisiviert pro Stunde. Eine Belastung, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann. Im Reaktor Block 3 ist möglicherweise die innere Sicherheitshülle beschädigt. Dennoch gibt es nach den Worten von Regierungssprecher Dano derzeit keine Pläne, die Evakuierungszone von 20 Kilometern rund um die Anlage auszuweiten. Also, besorgt, das heißt, asabotschen, aufrufen zum Durchhalten, zu weit narod quidischke. Richtig? Mhm. Okay. Ja, das war kurz zu übernehmen. Wenn wir zum Beispiel über die Reklame oder über die Werbung sprechen, ja, in Deutschland, siehst du oft Fernsehen? Guckst du oft Fernsehen? Nein, ich mag nicht Fernsehen, aber ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, einige, einige Mal Fernsehen hier in Deutschland, aber in meiner Küche, ich habe TV, Fern, Fernsehen. Fernsehen, in meiner Küche, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe einen Fernsehen, und das, und hier ist viele Verbungen, ne? Werbungen? Werbungen, ja, Werbungen. Ich glaube, ich glaube, in Deutschland, das ist, ähm, bolscherchen, bolscherchen, mehr als Verbungen, äh, mehr, mehr Verbungen als in Russland. Mehr Werbung als in Russland. In Russland. Ah ja, und welche Werbung hast du gesehen? Werbung, das war Waschmittel. Waschmittel. Waschmittel ist bekannt hier. Zahnpaste und viele Essen. Viel Werbung zum Thema Essen. Viel Werbung zum Thema Essen. Und in dem Film von Sam, was wir gesehen haben, was du zum heutigen Unterricht vorbereitet hast. Welche Werbung hast du gesehen? Werbung, okay, ja. Das war? Das war Werbung Hundefutter. Richtig, Hundefutter. Zweites Thema war? Waschen. Waschpulver. Waschpulver. Ja, Waschpulver und Schokoeisbombe. Ja, richtig. Schokoeisbombe, ja. Wie man kochen. Gut. Dann kommen wir zu dem Film. Und es ging wirklich in diesem Film sehr viel über, oder zum Thema Werbung. Werbung, Schokoebombe, wie du das hier siehst. Und dann bekommen wir eine Nachricht über Nick. Was hat Nick geschafft? Ja, Nick hat die Rolle. Es wird ein Star, ja. Er wird ein Star. Und er hat Wetterbericht mit... Ah, ihr Name ist Kurt Knall. Er hört, sein Name ist Kurt Knall. Und er hat Wetterbericht... Wetterbericht... Videotelig? Ja, er hat eine Sendung. Eine Sendung oder Wetterbericht. Er berichtet über das Wetter. Führen? Sie gibt Nick, Nick zwei Platte mit... Zwei Teller? Ah, zwei Teller, ja. Zwei Teller... Probieren? Zum Probieren, ja. Ja, zum Probieren. Und eine Platte, das ist mit Hühnen und andere mit... Kaninchen. Kaninchen, ja. Kaninchen, ja. Kaninchen, ja. Und Sam sagt, er mag mit Hühnfleisch. Ja, mit Hühnfleisch. Und er sagt, was ist das? Und Anna sagt, das ist Hühnfleisch. Wie sagt er das? Wenn ich... Wenn ich einen Star bekomme, ich... 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 Ich meine... Ich werde meine Freundin nicht... Ver... 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 Ah, vergessen, ja. Vergessen, richtig. Wenn ich ein Star bin, dann werde ich dich nicht vergessen, sagt Nick. Sehr gut. Und... Ja, das ist Diana und er möchte eine Praxis haben. Ja, ausprobieren. Ja, okay. Aus... Ja, ausprobieren. Neue Waschmittel. Neue Waschmittel, ja. Äh... Sie hat... Äh... Zwei... Ja, äh... Zwei... Äh... Ja, zwei Teichert. Yeah, zwei Teichert. Oder zwei Sachen, ja. Zwei Sachen, ja. blieben, schmutzig, schmutzig. Sam, ja, ja, nein, nur Sam, Nick. Sascha hat Nick telefoniert, telefoniert, ja, und Sam sagt, er ist ein hollywoodischer Producer. Ja, Spielberg, Regisseur. Sam möchte eine Schockbombe machen. Für wen macht er das? Für Anna. Für Anna, natürlich, ja, und er macht das wieder mit einer Reklame, ja? Ja, mit einer Reklame, gut. Was heißt das Schmelzen? Schockbombe schmilzt das Herz der Frau. Oh, ja, Rastappen. Ja, Rastappen. Rastappen, gut. Ja, ja. Dann Sascha kommt. Sascha nach Hause. Ja, Sascha nach Hause kommt und sie denkt, ja, und sie denkt, dass diese eine Schockbombe ist für sie. Wetterbericht. Wetterbericht. Wetterbericht, ja. Wetterbericht mit Kurt Knall. Mit Kurt Knall. So heilte seine Sendung. Und das war sehr lustig. Ja, das war sehr lustig. Ich habe auch gelacht. Hinter ihm renten die Mädchen. Warum? Ich bin so populär. Nicht du, Dinara. Er. Weil er so populär ist. Widerhole, bitte. Er so populär ist. Ja, er, ja. Weil er so populär ist. Gut. Ah, ja. Schau bitte Fernsehen und finde bitte die Reklame oder Werbung, die dir am meisten imponiert oder lustig macht. Mache bitte zum nächsten Unterricht eine Werbung. Eine Werbung. Mache bitte. Ja, richtig. Wie gerade? Gefällt mir nicht. Du sagst, diese Sendung gefällt dir nicht. Gefällt. Gefällt mir nicht. Mir nicht. Ja, mir nicht. Okay. Mir nicht. Von welchem Wort ist das Wort gefallen? Gefallen. Gefallen. Sag mir bitte dieses Wort. Infinitiv. Infinitiv. Das ist das Programm, das den verschiedenen Personen in einem Haus zusammenleben. Wer das Haus verlassen muss. Wiederhole, bitte. Die Leute müssen abstimmen, wer das Haus verlassen muss. Ich habe alles in Griff. Im Griff. Nein, nein, mit zwei F. Ah, mit zwei F. Hallo? Wir glauben, dass diese Sendung die intimsten Sphären des Menschen angreift. Ja, ich bin einverstanden mit dir und diese Sendung gefällt mir auch nicht, weil diese Sendung die intimsten Sphären des Menschen angreift. Richtig? Das Menschen angreift. Das Menschen angreift. Nicht der Mädchen oder der Jungen. Das Menschen. Allgemein. Verstehst du? Allgemein. Das heißt, mitwirken, mit jemandem zusammen machen. Verstehst du? Ja. Wirklich. Wirklich, ja. Wirklich ist das auch ein Adjektiv von dem Verb wirken. Möchtest du in so einer Sendung, Big Brase zum Beispiel, auch mitwirken? Ja? Oder nein? Nein, ich mag nichts. Warum? Ich mag... Warum? Ich möchte nicht in diesem Programm mitwirken, weil dieses Programm meine intimste Sphäre angreift. Ja, aber intimste Sphäre. Intimste. Ja, das ist gut. Intimste. Gut. Vielen Dank, dass du mitgewirkt hast. Ja? Ja. Ja.